Und das ist eigentlich die ganze Operation, ist jetzt eigentlich geklärt, wie das gelaufen ist. In den britischen Medien, im Mail Online, gibt es noch eine Grafik dazu, die jetzt gestern herausgekommen ist. Die Grafik sieht so aus, hier erster Schritt, Juni 2022, US Navy Divers Plant Remote Controlled C4 on Pipelines, also C4 ist eben der Sprengstoff, da müssen wirklich die Taucher hingehen und da gibt es einen Sender am Sprengstoff. Und dann liegt also dieser Sprengstoff einige Monate auf der Pipeline. Das war sicher auch der heikelste Punkt, dass der nicht sozusagen früher explodiert, ungewollt. Und dann am 26. September gibt der amerikanische Präsident das Signal und dann wirft ein norwegisches Flugzeug die Boje ab. Die Boje liegt dann im Wasser und schickt eben eine Frequenz aus. Also diese Frequenz wird aufgefangen vom C4 und dann explodiert dieser Sprengstoff. Das ist eine militärische Operation, die aber natürlich große politische Auswirkungen hat. Bevor wir eigentlich das Technische sozusagen ganz abgehandelt haben, spürt man schon, dass das keine Kleinigkeit ist. Weil wir sprechen hier über nichts weniger als einen US-Terroranschlag in Europa.